Hallo Freunde, ich stelle euch heute die Ohmtscher Doppelgrabe-Gabel vor. Damit ist es nicht mehr nötig umzugraben. Man lockert den Boden nur noch auf. Das heißt, man sticht hier ein im Boden, dritt drauf und lockert per Hand. Dann macht man alle 20 cm einen neuen Einstich. Das ist sehr praktisch, das Teil. Also würde ich nicht mehr abgeben wollen. Das ist aus Edelstahl, rostfrei. Wunderbar. Das ist der Hersteller. Immer 20 cm wieder, kurz auflockern. Dann fangen wir an, wie weit ist. das teil kostet ungefähr 140 euro im internet ja muss man schauen unter oben tenner doppelgrabe gabel findet man es ja